Noch mehr Sachen zum Zensieren, na super. Ich will jetzt aber nicht rein. Was für Jason wohnt? Bist du late? Entschuldigung, ist das Kletter ruiniert. Ja, direkt ins Wasser, ne? Ja? Wir können auch mehr tun. Wir können nicht sehen. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß, dass Finn das nicht so ist, aber es fühlt sich schlecht. Plus, ich möchte euch nicht in mehr Probleme geben. Ja, sag das zu Daniel. Er wird verletzt. Er ist dein Bruder. Er wird dich hören. Finne will uns aber... ...aber er nicht immer sehen andere Menschen. Es ist alles über ihn. Ich weiß, aber ich fühle mich schlecht für ihn. Er wird sicher sein. Dann wird es cool sein. Er magst du. Was meinst du? Komm schon, Heartbreaker. Du weißt, jeder magst du. Ich bleibe dir. Ja. Ich magst du. Hallo, Heartbreaker. Hallo, Heartbreaker. Sie kommt nah. Sie kommt immer näher. Ich mach alles kaputt. Alles. Das wird so Konsequenzen alles haben. Das wird so eine Konsequenzen haben. Das wird so eine Konsequenzen haben. Fakt man doch nicht. Ja, einfach machen. Damn, Sean. You really are cold. Shut up. Stop looking. Die ganzen Nippelblitzer hier, ne? Die ganzen Nippelblitzer hier, ne? Tappt! Ja, ja, hier. Ich hab's auch gesehen. Der Stream hat sich gelohnt. Okay. It's been worse. Sean? Hello? Hello? Ja, sie will, dass du reinkommst. Ja, was glaubst du denn? Also... Ja, mach. Hau rein. Der klang... Der klang... Der klang zweideutig. Schon wieder was zum Sensieren. Ja. Wird schön werden. Again. Ich hab Danny auch nicht gesehen. Ich... Es ist so klar, dass die jetzt Scheiße bauen gehen. Aber wir machen jetzt auch was Schönes. Haben wir uns verdient. Are you cool? Ja, er stirbt grad innerlich, glaub ich. I'm... I'm just nervous. Kinda bummed we waited till... now. Oh shit. You're kind of a slow player, dude. Now we're all cozy, right? Yeah. Um... Hey, listen. I... I think you should know that I'm... Uh... I know. Don't worry about it. Don't worry about it. Back run, okay? Okay. I took a breath... A fresh air... A fresh air... I took in the view... At the top... I took a walk... I took a walk... A fresh air... We, jetzt kommen wieder Brüste... Nein! Stop! Nicht zeigen! Ich muss alles zensieren! Verdammt! Und schon zu spät. Alles zeigen! Ist gerade an der gleichen Stelle. Wofür hat sich das Zeil zugemacht? Daniel macht den Seestern. Daniel ist nicht mehr da! Ja... Die bauen jetzt Scheiße. Das war so klar. Ich hab's... Ich hab's geahnt. Ja, das ärgert mich auch ein bisschen, dass er mit dem Tattoo direkt in den See gegangen ist. I took some time to decide, if it was right. Achso, ich hab Daniel und Sean verwechselt. Das ist nicht schlimm. In the dark. Weeg nur an das Tattoo. Ohne Scheiß. Ich seh nur die Nippel vor mir, was die ganze Zeit aufge... Überall. Überall! Und gleich kommt die Ziege und will mitmachen. Boah! Hey! Was ist das? Das ist der Booby-Stream? Ja. Aber bitte... Warne Freunden! Warne Freunden! Komm schon. Finn, toll Ende bitterness kommen! W clarity! Heill Sie mir warum... Hey, I mean it, Shawn. Just take it easy and you'll have time to practice, okay? Okay, we need some fresh air. Let's get dressed. Until we fuck again. Der müsste sich mal ein bisschen mehr freuen. Also. Wow. Also. Ach ja, natürlich. Fuck off, Finny. Jetzt artet es aus. Die Ziege hat es für besser hingekommen. Oh. Aber sie hilft uns. Nee, fuck shit. Ich weiß nicht. Warum habe ich eigentlich Ski gesagt? Das ist total dramatisch. Wow. Tut mir leid. Okay. Oh nein, ich habe so das Gefühl. Die haben Knarren, ne? Wenn sie stirbt. Alter. Das sind neun Stuhlgeholz. Verschwindet mein Gehalt langsam dahin. Oh je. Ja, aber ein Stuhl ist wichtig. He's just right over there. This plan is crazy. Hurry up, Sean. Keep looking around. I'm gonna check on the truck. Is it too? God damn it, Daniel. Daniel ist einfach. Nee, wir haben nur Nippel gesehen. Aber das war irgendwie klar. Trotzdem habe ich es gemacht. Obwohl ich es geahnt habe. Soll ich jetzt die Tür offen? Hätte ja sein können, dass da vielleicht was kaputt ist. Nee, du lässt sie sterben lassen. Ich will nicht, dass sie stirbt. Ich will nicht, dass sie stirbt. Just in case. Sean Diaz. Du bist full of surprises. Plus, wir könnten, uh, mess mit all den anderen Karten, so Big Joe kann nicht folgen uns. Love die way you think. Wir können hier ein paar Dinge finden, aber wir können nicht ein Geräusch machen. Hm. Ich werde es bestimmt verkacken. Irgendwas werde ich verkacken. Daniel. What are you getting into? Okay, das geht nicht. Hunger, dramatisch durch den Chat, Rob. Ich habe auch Hunger. Ich habe ein bisschen gegessen. Heißt zu? Okay. Oh ja, klar. Warum willst du die jetzt auch noch essen? Alles zu, verdammte. Hier steckt sich das Rohr in die Hose. Wir haben Hackfleisch, Paprika, Salat und Guck und Kieße. Ich habe echt Hunger. Also habe ich es doch richtig gelesen. Ich war ja verwirrt. Was denn? Hat sich das Rohr in die Hose gesteckt? Wo soll er es denn sonst denn packen? Habt ihr doch gerade gesehen. Vielen Dank.